Vor ner Woche war noch alles in Ordnung. Plötzlich war sie weg. Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll. Naja, vielleicht beim Anfang. Ich mein, am Anfang war ja noch alles gut. Wir waren Herz und Seele. Praktisch unzertrennlich. Wir haben einfach harmoniert. Ein perfektes Lied. Spielt für die Ewigkeit. Aber sie hatte auch ein Gespür dafür, immer in den unpassendsten Momenten rein zu platzen. Kannst du schweigen von ihrem fragwürdigen Humor? Fragwürdig bestenfalls. Ich will ja gar nicht sagen, dass alles schlecht war. Ganz im Gegenteil. Aber manchmal hat sie mich einfach echt um den Verstand gebracht. Und nicht nur das. Auch um den Schlaf. Ich kann gar nicht sagen, wie viele unzählige Nächte sie mich gekostet hat. Aber jetzt. Ich weiß nicht. Ich hab anfangs gar nicht gemerkt, dass sie weg ist. Ich dachte, es wäre alles gleich, aber... Ohne sie fehlt mir was. Fehlt ein Teil von mir. Ich bin uninspiriert. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Leute, ich kann es nicht. Ich hab keine Idee. Keine einzige. Ich hab keine Fantasie. Wisst ihr was? Wir haben sechs Themen. Wir würfeln es einfach aus. Okay? Wenn sie zwei wird, wird es der Sack Reis. Ich sag's nur. Fuck! Vielen Dank.